Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Hot Online Farm. So den Schippen wir wieder wie gehabt. So du hast ein Ziel. Du hast deine Antragaufgabe. Du bist hier halt. So weiter müssen wir mal gucken hier beim Schlepper. Das wäre auch Goldie hier. Oh herrlicher Blick von hier oben. Da muss man was zu sagen. Schick, schick. Da ist nichts mehr drin drüben. Und hier ist er gerade zum Monat. Ich weiß nicht, ob es jetzt passt. Mal beobachten. Aber eigentlich ging es ums. Da ist es ja gerade los. Oh noch eine vorletzte Runde vor der Winde. Dann wird es da vielleicht lustig. Jetzt hat er zum Wind. Jetzt dürfte ich das Problem mehr haben. Zudelie. Zudelie. Ich glaube, da hat er auch schon mal die ganze Nacht durchgeheißelt. In der Folge aber. In den Volkendien die kommen werden. Das nicht mehr alle näher. So wird es nicht sein. Ich trepestos, kaum noch zu kommen, aber ja zu sagen. Da kommt von mir der Hübe, der Tiger Oh, da könnte ich gerade wieder bergen Dann mach mal das Hackel jetzt hier Oh, da müssen wir jetzt raus, ich will ja mal abkippen Jetzt wird es immer gleich schlau Da ist so Ich gucke was er macht So, da kann man einfach schon mal los Jetzt haben wir noch ein Stück vorgezogen Ich muss die Frage, hat das gereicht oder nicht? Reicht immer noch nie Du raubst mir echt den Nerv, echt So ist das schon, oder? So Das lässt sich genau Das wird So So Das lässt sich doch schief So So So, anders geht´s nicht. Spannend ist eindeutig nur noch ein Tick zu lang. Das ist ein simples Mühe. Da muss ein Glas werden, da kommt gerade so was Blütes. So, hier. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das hat die Geschwindigkeit von 83.85 Sonst hat er nichts zu sagen Das war ein Sauer Das ist so schlimm Okay, das ist das Es ist so schlimm Das ist so schlimm Also, das ist so schlimm Das ist gut gemacht, dass ich hier bin. Das ist gut gemacht, dass ich hier bin. so weit 5% ein Waggon 7-7% aber falsch so so 34% ein Drittel haben wir weg da mal gucken erstmal fahren wir nochmal hin und ging es bei uns im Sommer wo schon dazu jetzt auch mal am folgenden angekommen sind so 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 ganz schön dunkel hier nachts so herrlich aus hier ist die Zigarette von der Landschaft ringsherum und dann hier der erste Niedergang schick 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 die haben sich hier wieder ein bisschen lieb so aber ich komme jetzt zum ende für diese folge wenn es euch gefallen hat lasst gerne die Däumchen da ich bin raus tschau tschau schick